so schöne reihenhäuser handelsroute ineffizient ja schön für dich interessiert nur leider keinen brauchen wir jetzt hier noch feuerwehr hin und dann ist hoffentlich alles wieder gut nein 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 es ist leider immer diese ungenauigkeit von dem spiel wir wollen immer so schöne reihenhäuser so registriere bedarf an gemeinschaftszentren kommt alles noch und alles und eins und zwei wieder so mehr überziehen hier durch das auch einigermaßen ist die stadt wo den Aktivität Oh, wir brauchen noch ein Zentrum 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 So Was braucht ihr noch? Zentrum, Aktivität Casino Ja, Zocker Wir haben einen Zocker voll Können wir mal hier noch eins hin Gucken wir mal hier noch eins hin So Alles noch schön mit Straßen verbinden Und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen Eierkuchen, lecker Eierkuchen Das ist ein Handelsroute ineffizient Keine Waren verfügbar Leck mich doch Leck mich doch Leck mich doch Lalalala Wieso ineffizient? Kann mir das mal jemand erklären? Fische Was ist daran ineffizient? Was ist daran denn? Bitte ineffizient Hier 3000 plus Hier machen wir 6000 Schieß mich tot Plus Wir gehen auch langsam wieder ins Plus Ich weiß nicht, was die haben Geht doch alles bergauf Ja, jetzt haben wir keine Bauzellen Das ist sehr praktisch Bauzellen, Bauzellen Bauzellen Okay Ein Wahrheitszentrum müssen wir auch noch bauen Das zieht uns aber immer so weit runter Das zieht uns immer so weit runter Das ist auch schon wieder die Feuerwehr Probleme über Probleme So könnten wir jetzt hier Theoretisch Ein Wahrheitszentrum bauen Ja Können wir Yeah Und jetzt sind wir wieder in der Miesen Ja, wen freut das denn nicht? Juhu Gepriesen Sei Seien die Schulden Endlich So Wer von euch Kann jetzt alle aufsteigen Kann jetzt aufsteigen Keiner Wollt ihr nicht aufsteigen? Oder Könnt ihr nicht aufsteigen? Nein Könnt ihr jetzt aufsteigen? Handelsroute ineffizient Keine Waren verfügbar Ach Leckt mich doch Leckt mich doch Wieso sind keine Waren verfügbar? Handelsroute 6 Das Teil, das Teil Und Fisch Das Teil haben wir komplett voll Das Teil ist auch komplett voll Davon haben wir auch zu viel Warum? Kann man das einer von euch mal Bitte erklären Eisen haben wir auch zu viel? Äh Kann man das mal jemand erklären? Warum ist die Individend, wenn wir doch einen Haufen Schotten verliehen? Das macht doch null Sinn So Hier können wir noch ein paar Sachen hinbauen Und dann sind wir hoffentlich auch Glücklich Gemeinschaftszentrum braucht hier Hier verschmilzt jetzt wieder Industrie und der andere Mist Alles Roger in Kambodscha Die Feuerwehr, wo kommt die überhaupt hin? Hier reicht alles, das ist so gut So Jetzt widmen wir unseren Grören Bürgern Ja Oh, 1000 geben wir uns Das ist ja sehr gut Wir gehen aber langsam mit dem Geld runter Was ich überhaupt nicht verstehe Warnung Produktion gestatt Ja Wie viel Wie viel Haben wir denn überhaupt? Kann man das mal jemand sagen? Oh, wir haben ja genügend Nein Schneller Schneller Schiff 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 Schneller Jetzt mal schnell Was müssen wir überhaupt liefern? 10 Tonnen Rohöl Wir haben 70 Tonnen Ja, es müsste reichen Handelsroute ineffizient Keine Waren verfügbar Keine Waren verfügbar Wollt ihr mich verarschen? Wir haben genügend von jedem Das kann doch nicht sein Also Hallo Kann mir das einer von euch mal bitte erklären? Handelsroute ineffizient Am Arsch hier Arsch die Waldfee So Oh Er ist ja schon da Respekt 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 So Wo müssen wir es mal Wir müssen jetzt schnell nach oben hin Wir haben noch knapp 5 Minuten Zeit Also ich hätte nie gedacht, dass wir das nur schaffen Aber wir haben es geschafft Wir haben die Mission erfüllt So gut wie Muss man auch dazu sagen Und Ja Können wir es mal weiter hochdrehen Ne, dann sind wir unzufrieden Okay Auch bis zum Anschlag hochgedreht 1.850 1.850 Einwohner haben wir Yay Was steht da? Einheiten Limit 51 Wir müssen aufpassen Was unsere Verbündeten tun Ihnen kann man nicht Trauen Ja Legt mich doch Warum Sie kommen also mit Ergebnissen Genau das Resultat Was ich So Jetzt haben wir wieder ein bisschen Money Willkommen Man Bisschen Money Könnt ihr auch Langsam Anfangen Mal wieder was Zu produzieren So Was brauchen wir denn noch Grundstoff Wir brauchen ganz viel Stoff 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 Handelsroute Ineffizient Keine Waren Verpflichtbar Alter Leckt mich doch Wir haben doch Komplett voll Was lädt er denn hier ein Gerena Ach so Dann sagt das doch Lad doch hier Metall ein Hier kann man auch nicht Was haben wir uns dabei überhaupt eigentlich gedacht Was haben wir uns da Gedacht Voll 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 Wir haben aber immer noch zu wenig für Fertiggerichte Klar Ne hier musst du hin So Es ist sehr anstrengend Bürgermeister in der Stadt zu sein Also Besonders so einer coolen Stadt Wo nur die Besten der Besten Und Ja Hier können wir auch noch Ne Holterreihe hinsetzen Nein Ja Klar Ist logisch Ist ja so klar Wie geht los Berühr 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 So Und So Aktivität Ich hab hier Ich hab hier Ich hab hier kein Casino Warum habt ihr kein Casino Was Was ist mit den Namen Was ist denn Also fertig Gerichte Jetzt bauen wir noch grad ein schönes Casino hin Wenn das denn Platz hätte Zu beiden Seiten Muss die Straße weg Na ja Das Ja Normalerweise Verstehe nicht Die Teile können fliegen brauchen Aber trotzdem Eine Straße Ah Perfekt Okay Ich würde jetzt mal sagen Handelsroute Ineffizient Keine Waren verfügbar Gibt's aber gar nicht Weißt du was Ja die Super Er muss hochfahren Wow So ineffizient Sehr schlimm Haben wir immer noch Jetzt werden wir hier Ziemach immer noch Wir machen es so Hier die Fällt komplett weg Letzt nämlich hier noch Sand ein Hier haben wir am wenig Können wir so machen Dann machen wir so Und Dann hoffe ich Dass das auch So weiter geht Es ist sehr anstrengend Das sieht man auch hier In der besten Beweis Ist das Ah komm komm So Warnung Produktion gestoppt Jo Da ist doch kein Weltuntergang Das ist sogar Eigentlich Eigentlich Ist das Wenn die Produktion Stillsteht Eigentlich gut Und das heißt Es geht uns gut Und Wir haben Zu viel Von einem Von einer Sache Also Ich weiß nicht Was die da haben Also Die hätten vielleicht Mal so machen können Naja Egal Sag nicht Wir haben zu viel Kohle Bitte nicht Ach Wir haben zu viel Kohle Nein Haben wir eigentlich Noch ein paar Schiffe 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 Warum haben wir So wenig Schiffe Neue Handelsrote Verfügbare Schiffe Ist mehr Anliegen Das Krieg Schiff Nein danke Nein danke Dann müssen wir Gleich uns Noch ein paar Mehr Schiffe Machen Ist ja gar Kein Weltuntergang Kostet uns Noch ein bisschen Geld Und Ja Handelsroute Ineffizient Keine Waren Verfügbar Kriegst gleich Eine Handelsroute Ineffizient Was denn Daraus so Stimmt Hin Her Hin Her Hin Her Fertig Wir kriegen 3000 Hier kriegen Wir bei dem Ne Entschuldigung So Ich verkaufe Jetzt alles Noch an die Vortex Es langt Einfach Ah nee Wir haben ja Gott An wen können wir noch Verkaufen Wir müssen an die Verkaufen Ach nee Weil die zu viel haben Kann das sein Anderen werden Um Gratze Menge Zu Normaler Marken Ach so Das erklärt ja Alles Wir können das ja Nicht an die Verkaufen Ist ja blöd Wir sitzen Auf unseren Sachen Ähm Handelsroute Ineffizient Keine Waren Verfügbar So Könnt nicht Mal Wir müssen Wir müssen Erkunden fahren Anders Anders können wir Unsere Sachen Einfach nicht Verkaufen Wir haben Mangel an Kunden Das muss man Sich mal vorstellen Ich weiß Aber wo Man muss sich mal Vorstehen Wir haben Zu wenig Anbiet Zu wenig Verkäufer Äh Käufer Das ist Seit lange Wieder mal was zum Lachen Ist leider so Also Ich hab noch nie Erlebt Dass wir Zu viel Von einem Zu wenig Käufer Hatten Das hatte ich Das hat Das hat Das hat Vielen Dank.